Eine kleine Zeitreise und ein Blick zurück auf ganz besondere Pferdepersönlichkeiten. Cashmorka. Die Erfolgsgeschichte hinter diesem Namen klingt wie eine wahrgewordene Prophezeiung. Dann gehört sie ihm, die Goldmedaille. Und ist am Ende die Verkettung glücklicher Umstände. 38, 39, die letzten Meter, die sind entscheidend, er zieht durch. Eher durch Zufall entdeckt Paul Wendeln 2006 den kleinen Schimmelhengst, den Frank Timbreck aus Sachsen-Anhalt gezüchtet hat. Er kommt also ins Oldenburger Land und wird von Jens Rensen beim Gestütsprähe ausgebildet. Dort findet zur selben Zeit auch ein talentierter junger Reiter aus dem Rheinland seine neue Arbeitsstelle. Beide werden trainiert von Tiag Nagel. Das sind die Hauptzutaten für diese Erfolgsgeschichte. Er freut sich immer unheimlich, wenn er mit aufs Turnier darf, hat man das Gefühl, da auf dem Abreiteplatz bockt er. Er ist unheimlich an, sage ich mal, wenn er woanders ist und definitiv sein bester Charakter ist, jetzt sage ich mal, dass er sehr ehrgeizig ist und unheimlich Spaß an dem Sport hat. Er ist sehr speziell. So der ganze Tag richtet sich so ein bisschen nach ihm. Also er sagt uns, wann er was machen möchte und wann er sein Essen haben will. Und ja, also er bestimmt sozusagen den Tagesablauf. Ja, also er ist sehr kuschelbedürftig, das ist er wirklich. Auch so in der Box im Umgang ist es ein total liebes Pferd. Möchte auch sehr viel Aufmerksamkeit haben, wo man halt ein bisschen aufpassen muss, weil er hängstig ist mit anderen Pferden. Aber ansonsten ist er sehr, sehr brav. 2014 sitzt Dennis Nielsen in seiner ersten Saison im Sattel von Cashmorker. Nach nur wenigen Wochen gewinnen sie das Finale in Deutschlands U25-Springpokal. Mit dem Sieg in Hamburg sind sie gleich für den CHIO in Aachen qualifiziert. Vier Starts, vier schnelle Nullrunden. Ich habe ihn Anfang achtjährig übernommen von Jens Rensen und dann war der erste größere Auftritt Hamburg. Auch das zweite Mal, dass ich da in Hamburg geritten ist, das ist immer schon ein gewaltiges Erlebnis. Und er war schon direkt sehr souverän und hat das so gut da abgespult, dass man einfach merkte, dass es ein besonderes Pferd ist. Und das ist erst der Anfang. Die Saison 2014-15 bringt die ersten Platzierungen bei großen Preisen auf großen Events. Die Form ist konstant gut. Gut genug, um in Balwe aus dem Windschatten der Elite hervorzuspringen. Deutsche Meisterschaften 2015. Zwei Umläufe zur ersten Qualifikation. Doppel-Null. Nach zwei weiteren Umläufen im Finale unter den besten drei. Dennis Nielsen und Cashmorker können als letzte Starter aus eigener Kraft nach der Goldmedaille greifen und machen das Unglaubliche wahr. Dennis Nielsen, so heißt er, der neue deutsche Meister im Springreiten mit dem Hengst Cashmorker. Wir sind jetzt nicht als Favorit hingefahren. Ich wusste, dass auch in diesem Jahr, dass wir ganz gut drauf waren. Wir hatten vorher sind wir auch Wiesbaden und ein paar größere Turniere geritten, wo wir echt gut drauf waren. Aber dass es dann dafür ein Titel reicht, da hört natürlich auch Glück zu. Und ja, das war natürlich ein wahnsinniges Erlebnis und da erinnert man sich immer wieder gerne dran. Also bei der Deutschen Meisterschaft schon hat man ja gemerkt, dass wir mit den Höhen ganz gut klarkommen. Dann bin ich in dem Jahr auch dann erstmal großen Preis, fünf Sterne geritten. In Mannheim war das damals, wo wir auch null waren. Und dann natürlich 2018 hatten wir sowieso ein super Jahr. Auch dann den Neumünster großen Preis vorne, wie gesagt Dortmund und Hagen. Dann waren wir noch in Rom und Sopport, Nationenpreis geritten. Und das war allgemein sehr konstant auf sehr hohem Niveau. Und da würde ich jetzt auch sagen, dass das unser bestes Jahr war 2018 zusammen. Die Erfolgswelle hält an. Cashmorker ist längst mit dem Namenszusatz DSP geadelt. Doch Ende 2016 fällt der Reiter eine Entscheidung für die Liebe und gegen den sportlichen Ehrgeiz. Er bezieht mit seiner Partnerin Gut Dachsau in der Nähe von München. Cashmorker bleibt im Norden. Ich bin erstmal ohne ihn, sag ich mal, nach München runtergegangen. Und dann war noch nicht ganz klar, was Cashmorkers Weg ist in Zukunft. Und dann hat natürlich Familie Wendel, besonders Peter, dann entschieden, dass er bei mir bleiben will. Und ihn dann auch komplett übernommen. Und dann kam er relativ schnell, zwei Monate nachdem ich in München war, kam er dann runter. Und ja, das habe ich mich natürlich sehr, sehr drüber gefreut und froh, dass ich ihn wieder bei mir hatte. Er weiß schon, zu Hause in Dachsau ist er schon der Chef, muss man sagen. Also er kriegt immer alles mit. Und wenn ihm einer zu nahe kommt, dann bauscht er sich so auf und wiert auch mal. Aber das funktioniert alles ganz gut. Er ist auch jetzt viel auf der Wiese, wo er auch echt so relaxen kann und entspannt ist. Und ja, macht schon Spaß, einfach mit ihm zu arbeiten. Und es scheint, als hätte diese kurze Trennung und die Wiedervereinigung Reiter und Pferd zu einer noch engeren Einheit gemacht. Wir sind jetzt schon so lange zusammen, er ist jetzt 14. Ich reite ihn seit acht Jahren. Also ich würde jetzt mal sagen, dass er mich in- und auswendig kennt und ich ihn auch mittlerweile. Es harmoniert einfach, wir freuen uns aufeinander und das macht einfach Spaß. Auch Trainer Tiag Nagel unterstützt das Team weiterhin. Er unterstützt einen und gibt einen Sicherheit und nimmt das auch alles ein bisschen locker, nimmt die Spannung so ein bisschen raus. Und ja, unheimlich guter Trainer, mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Freund. In die alte Heimat, ins Oldenburger Land, dort wo alles begann, kommt Dennis mit DSB Cashmorker zurück, so oft es geht. Wie zum Agravis Cup im Herbst 2020. Er war fast ein bisschen zu an, aber nach der längeren Pause habe ich es mir schon fast gedacht. Und man hatte so das Gefühl, dass er es wieder unbedingt wollte und Spaß daran hat. Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Also es war schon, sage ich mal, sehr emotional, ihn jetzt hier in Oldenburg, eigentlich wo er auch herkommt, wieder zu reiten. Und auch nach so langer Zeit. Und ja, mein Wunsch ist einfach, dass ich wieder beständig mit ihm gehen kann. Und auch so wie hier in Oldenburg an den großen Preisen mit ihm teilnehmen und da auch dann mal wieder erfolgreich bin. Die Prophezeiung bei der Namensgebung vor 15 Jahren hat sich mehr als bewahrheitet. Zwei Sportler sind zusammen und über sich hinausgewachsen. Was in dieser Zeit die Zukunft bringt, wird selbst ein Pferdeprophet nicht voraussagen können. Die Bibliothek W S think WCF W Ciencia WCF W WCF W anda WC% WCF Wcf W